Ich hatte gestern am 29. März Geburtstag und ich hab geplant, ein Video zu machen. Hab ich's gemacht! Nein, ich hab's vergessen! Ja, so happy birthday to me. Und für alle, die in meinem WhatsApp-Channel sind, es tut mir leid. Ich hab nämlich ein bisschen gespammt, also ich hab Countdown gemacht. Es tut mir leid, okay? Boah, nee, ich als Kind und bestimmt nicht nur ich, sondern auch andere Kinder. Wenn am nächsten Tag der Geburtstag ist, pausenlos sagen sie, ich hab morgen Geburtstag! Ich hab morgen Geburtstag! Oh mein Gott, ich hab Geburtstag! Am Abend könnt ihr da meistens auch nicht mal einpennen. Und sagen wir so, ich als Teenie bin jetzt nicht mehr so ein Typ, der sich jetzt auf den Geburtstag freut. Ich bin auch nicht der Typ, der sagt, juhu, ich bin morgen ein Jahr älter, ich bin eher der Typ. Ich werde alt! Ja, das hab ich auch schon mit elf gesagt. Ich werde alt! Also ich wurde gestern 14 und ich muss schon sagen, die Zeit geht relativ schnell vorbei. Aber dieses Jahr hab ich mich unnormal auf meinen Geburtstag gefreut, weil auch ihr dabei seid. Und das ist was Besonderes, okay? Und ich wollte eigentlich so ein Geburtstags-Edit machen, mir verschiedene Leute zum Geburtstag gratulieren. Ja, dreimal könnt ihr raten, wer's vergessen hat. Trotzdem blende ich jetzt hier nochmal eine Sprachnachricht von meiner besten Freundin ein. Oh, es gehört jetzt zum Geburtstag, Fabian, so. Du bist viel, Sani, du bist immer noch lieb. Es gehört zu dem Geburtstag, hatte lieb.